halli hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen special mit speedhack mit dabei ist auch wieder der peter ja ich habe vorhin in den salto hingekriegt und den will ich jetzt wieder ausprobieren ja das geht indem du einfach irgendwo mit 600 aus der kurve fliegt oder was auch immer ja wie ihr seht schon mit 400 kam einen dritten gang mit fast 500 im zweiten gang worte da hilft man ja nur noch rum ja ich weiß ja super jetzt komme ich wieder mit 400 um die kurve rum jetzt habe ich den salto nicht geschafft ja 400 und musste worte schnell aus ok gefahren war wieder nebeneinander und dann fahre ich hinter dir warum weil du mir nicht hinterherkommst ne dass ich seinen stand aufnehmen kann ich mache die ganze zeit stand nein ich habe dich nicht gekriegt komm zurück nein ich war noch ein bisschen vor wir fahren nicht in die uhr gegen vor bahn kommt noch ein bisschen vor will da vorne kann man viel besser rausfliegen ich komme zu dir ich war bis ans andere hände von der autobahn ok über die brücke mit 400 euro 600 700 meinstel ja bei dir wie man da fliegt ja wir vielleicht sehr feucht zum ersten mal in meinem leben mit außen ansicht jetzt bin ich wieder so richtig schön geflogen wo bist du rüber über so ziemlichen steine muss ich mich alles ja jetzt hole ich dich nicht ein und ich war ja schon 500 hast du das gesehen trolling bei mir ist irgendwie die aufnahme vorhin beendet opportun bin ich auf sf 12 gekommen wo 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 wie glücklich hatte ich gerade so schön am einlenken so jetzt schauen wir mal was passiert wenn wir vollgas dahinten reindonnern nee komm warte ich bremse mich mal kurz mit dem paar containern ab so mach mal kurz den cut riba radio ja hier sind ja wieder und ich hänge ihn gerade ab nicht mehr lange ich glaube ich mache riba radio wieder raus in den roten ne auf kommst du auch mal ja ich weiß nur dass ich jetzt hier vorne wieder ein salto machen werde wie geil wie hast du das geschafft fahren wir nochmals zurück ich will das auch machen wir noch mal ein cut ja hier sind wir schon wieder wir nehmen jetzt mal den salto von peter auf peter film doch du auch kurz für diesen salto dafür füllen wir das zusammen ich habe ein freps offen ist das kurz aus nee dann müsste ich jetzt raus und vielleicht siehst du es wie ich weg fliegt boah der turbo wie man hört wo bist du da vorne so ich fordern mein text geht wohin meiner auch nach vorne natürlich aha wieder dorthin wo du gespielt bist war auch noch kurz zu spät weil jetzt muss ich denn auch gleich mal sagen dass es das mit der kleinen folge war wortel reich vor wie kein block okay noch kurz ich will dich sehen fliegen ich will dich sehen fliegen gut ich kann ich gar nicht wieso ich bin nämlich schon geflogen da kommt wieder zurück ich probiere jetzt gerade zu fliegen ich gehe fliegen und dann sage ich i believe i can fly ich kann so gut singen ich wollte dich fliegen sehen also das war's mit dem kleinen fail special von tdo 2 wieso habe ich den salto nicht aufgenommen ja das war es auch schon mit dem kleinen let's play heute von test drive in limiter 2 wir hoffen es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lässt ein abonnen like da wir würden uns sehr freuen ja und noch einen crashigen tag wünsche ich euch ciao wow woooh nicht gespickt wow 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 wow